Oh ne, ey. Wow, fuck you. Hier, nimm die Wasserflasche. Ich hab hier keinen Platz mehr, deswegen hab ich hier gerade hingeschmissen. Okay, ich mach mal, ich mach mal. Einfach mal auf Verdacht hier. Oh mein Gott, wie ein Junge. Fast. Die haben sich doch gar nicht mehr bewegt. Ich bin da nicht stehen geblieben. Ich hab einfach, verstehst du? Okay, gut. Wenn du fertig bist, wenn du wieder da bist. Ich bin fast wieder da. Ich bin da. Vor allem hätte ich da in der Mitte einfach stehen bleiben müssen. What the fuck geht hier los? Ich bin tot. Ja, ja, okay. Ich bin da. Ah! Kannst du... Turn it off. Warte, warte. Hier, ich bin da. Oh, danke. Danke, danke. Destroy it. Oh, jetzt bin ich mit... Ach, warum nicht? Ich spiel das mal hier hoch. Ich glaub, da müssen wir auch lang, ne? Oh, gosh. Hör doch auf. Ich guck jetzt... Ja, hier ist nur ein Goldcoin. Auf der Mülltonne. Okay. Ich komm hoch. Nein! Hier ist noch eine Truhe. Hast du sie gesehen? Ja, ich hab sie jetzt gerade gesehen. Pfeil und Bogen, alles gut. Ich bin hier! Nein! Hui! Warte. So. Hör. 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 Oh, das... Oh, wo... Was? Wir... Wir dürfen... Wir dürfen nicht mehr zusammenspringen. Das macht mich alle... Hör. Ja, das war dumm. So. Huh. Oh. No. Nein! Ich bin immer so enttäuscht von mir selbst. Warte mal, hier oben sind noch Coins. Coins. Eieieiei. 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 Plopp. Oh, ich hasse Jumping Puzzles. Ah. Das sah schon lustig aus. Oh, guck mal. Hier ist ein Bild. Ah, das ist die... Das ist die Liebe von Woody. Tatsächlich. Ja. Tatsa-ächtlich. Das ist eine Schäfer-Smite, glaube ich. Oh, hier liegt ein Hammer auf dem... ...brett. Checkpoint. Die Checkpoints funktionieren nicht. Nope. They don't. Ja. Komm schon! Aaaaaaah. Das sind... Ich sterb hier tausend Tode. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Willst du mal zugucken, wie ein junger Gott sowas macht? Bitte, hau raus. Komm. Plupp. Nein! Nein! Das sah jetzt so gut aus. Hallo. Hallo. Na, guckste. Bonus-Points. Na! Ich hasse ihn. Hast du auch noch mal draufgeklickt? Ja. Arschloch. Arschloch. So ein Arschloch. So ein Arschloch. Nö, aber schlafen will ich nicht. Nö. Jetzt nicht. Wir sind noch voll im Adventure-Modus. Was? Ist doch ein what. Äh. Irgendwie ist hier... Aaaaaaah. Achso. Erschaffe-Zombie. Aaaaaah. Nein! Ich sterbe gleich. Scheiße. Uh. Hier hinten ist was. Eine Endertruhe. Und ne... Das ist das, wo die Betten stehen. Achso. Ja, hier... Nö. Nichts weiter. Ist ja blöd. Das ist echt blöd. Jetzt wird das Spiel arschlochig. Nee, wenn man sprintet, dann ist man irgendwann einfach zu schnell. Nein, ach komm schon. Ach, Menometer. So, ich begebe mich aus deinem Sichtfeld. Ich springe und habe Spaß, junger Panama. Scheiße. Ja, das ist ja einfach wie ein Sprung. Ich finde das so schön, wie Minecraft-Charaktere sterben. What the F? Hör doch auf, ich kotze gleich. Oh, du hast noch einen Coin, hast du? Ja. Oh, hier ist auch noch ein Coin. Mensch, da muss ich hier langs. Oh, und hier lang. Oh, das macht mich gerade fertig. Das macht mich gerade echt fertig hier. Wie bist du hier rausgekommen? Ich bin einfach immer gelaufen die ganze Zeit. Ach so, hier, ja. Ach so, du bist jetzt hier verstorben. Das ist korrekt. Ist ja nicht so schön. Oh, yay. Oh, er hat's voll drauf. Er hat's voll drauf. Ja, Baby. Voll drauf hat er das. Man muss das einfach mehr machen. Wir müssen einfach öfter mal so Jumping-Puzzles spielen, da haben wir irgendwas so krass drauf. Oh, unbedingt. Veto, Veto. Oh, wir sind irgendwo. Ach, wir sind noch immer im Gleichen. Ich habe den Müllarmäer jetzt zum ersten Mal gesehen da hinten. Ja, das sind, äh, diese Lila-Dinger sind ... Oh, warte, 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 warte. Ich gehe in die andere Richtung. Du ... Hure, Aare! Was hast du gesagt? Du Hure. Hure, Aare? Das klingt lateinisch. Ja, auch damals gab's schon Huren. Ich behaupte sogar noch mehr als heute. Ah. Dass ich manchmal so auf der Straße rumlaufen sehe. Ja, gut, stimmt. Sorry. Ah, 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 ah! Du bist tot. Hier gibt's ein Schleimball und ein Buch. Go, Buzz. Willst du mich verarschen? Go, Buzz. Go, Buzz. Go! Da steht Go, Buzz. Go! Fick dich! You're almost there. Don't give up. Das ist das Buch da hinten auf der Tür. Äh. Oh, okay. Dann lass uns mal da hin. Ah, shit. Da komm ich doch von hier aus nicht mehr hin. Basti. Ich weiß auch nicht, ob man da weiterkommt. Ah, nee. Da hätten wir... Müssen wir dann wieder hüpfen? Da drüben? Siehst du das? Ich weiß nicht, wo du drüben hingekommen bist, aber wir müssen ja zum Schweinchen. Ja, ja. Ja, ja. Hier kommt man irgendwie nicht weiter. Na, dann sag ich doch. Warte, ich hab noch einen Pflasterstein. Kann ich den vielleicht? Dann bau den irgendwie... Nee, doch nicht. Ja, hast du. Der hast du aus der Tore genommen, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, oder flieg halt rüber. Das ist, glaub ich, am einfachsten. Okay, ich versuch einfach mal den Sprung. Okay, versuch's. Das war nicht mal ansatzweise so, als hättest du's geschafft. Müssen wir jetzt hier weiterspringen, oder? Ups, das hab ich den zerstört. Was hast du kaputt gemacht? M-m-m, kein. Achso. Na, egal. Na, uh. War das richtig? Ja, das war richtig. Ja, ja, wir sind schon korrekt. Nee, von hier kommen wir doch. Ja. Shit, wo müssen wir denn hin? Na, dann da hinten einfach weiter. Nee, nee, guck mal, da hinten kommen wir nur an dieses bekackte Tor und das war's. Doch, doch, da hinten weiter. Oh. Da, wo wir gerade waren. Da kommt man oben, äh, da ist hinten ein Loch in der Wand. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Nee, 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 du lügst doch. Du lügst doch. Nein, ich lüge nicht. Doch, du lügen. Ich lüge nicht. Ah, ich falle. Ja, das. Ach, fuck. Wo war hier ein Loch im... Wo ist denn jetzt? Ach, da hinten. Ach, da hinten. In einem grünen. Buh. Hop, 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 hop. Ah, ich hab's geschafft. Hab's geschafft. Ich lese es halt immer nur. Ach, schön. Wie du mich wieder anguckst. Ah, ist das ein Traum. Almost end. County, äh, Countyer Pizza Blende. Äh, hier mussten wir gar nicht hin. Oh Mann, wir sind solche Vollidioten. Weißt du, was ich gesehen hab? Was? Ähm, okay. Was, was gebe ich jetzt ein? Hier, äh, Slash, Game Mode. Ja. Game, ein Wort, Mode. Ja. Eins. Letztzeichen eins, ja. Okay. So, pass auf. Wir fliegen jetzt nochmal hier hinter zum Hammer. Ich bin so behindert, wa? Ich hab das gerade erst von hinten gesehen. Und guck mal. Hier ist Glas. Ich glaub, wir können von hier aus hier rüberspringen. War das vorher schon da? Das Glas? Ja. Aber da kommt man ja nicht mal hoch. Ne, aber hier. Was ist ja hier auf das untere? Ja. Ne, aber da kommt man. Doch, da hätte man hingekommen. Ja. Ja, dann. Nö, das versuch ich jetzt. Ja, ja, klar. Null. Ja, super. Das war's schon. Na, Piggy? Spanky, Spanky. Last Quest. Hi, Buzz. I want to see you through window how Andy is playing in the garden, but he is gone. And I don't know how to go down, but you will help me. I hope so. Your next task is to find a way on the garage door those green doors. Ach so, Moment. Gab's noch was. Somewhere around there you will find a hidden passage where you finish your all the quests. Good luck. Oh, and the reward for you is waiting in my bag. Ja, ja, wenn das mal früher so ein, also wenn das mal früher irgendwie ein, oh, man kann das auch reingucken, ein Boss zu mir gesagt hätte, dann hätte ich ihm den Mittelfinger gezeigt. Stimmt doch, eigentlich hätte ich mich riesig gefreut. Ja, natürlich hätte ich mich riesig gefreut. Guck, hier gibt's auch noch ne Truhe. Aber da geh ich nicht ran, nein. Nein. Das hier ist ein Besen. Besen, Besen, Salz gewesen. Ein Besen. Oh, cool. Guck mal. Was? Was ich hier, hier, siehst du es nicht? Ja, doch. Wie ich das drehe, das ist ja cool. Okay, was muss ich denn hier jetzt drücken? Alles. Nein. Nix. 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 Nix muss ich drücken. Einfach jetzt. Count your Peter Planet Token. Ich hab vier und neun. Ne, halt. Moment. Achso. Ja, ich hab, ich hab vier und neunzig. Ich hab drei und siebzig. Nice. Insgesamt sind dann das hundert siebendundsechzig. Was auch immer du sagst. Ähm. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist jetzt für die Kleinen. Ist das ne Shisha? Ja. Brauchstand. Das ist so ein Brauchstand. Okay. Was ist das jetzt hier? Oh, guck mal. Ich hab da mein Schwert reingeklebt. Oh. Hast du dein Schwert da reingeklebt? Mach einen Rechtsklick drauf. Oh. Wie cool. Gib mir mein Schwert wieder, Bastard. Da und da. Ja. Wo geht's hier? Ich glaub, ich nehm noch mal mein Schwert wieder mit. Ha. Wo ist mein Schwert? Ähm. Das sieht tatsächlich nicht so vertrauensabend aus. Aber irgendwie auch, äh, ist hier rein gar nichts. Oh. Hier geht's ja nach. Oh. Hier ist ein Auto für uns. Sind das die... Warte mal. Lass mal kurz zurückgehen. Lass mal kurz zurückgehen. Sind das einfach die, die Räume in Miniatur? Ähm, äh. Das kann gut sein. Ja, 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 ja. Ja, ja, das sind die Räume in Miniatur. Ja. Ah. Das hier ist Andys Schlafzimmer, oder was? Hier oben müsste Andys Zimmer sein, oder? Nee, hier das, hier das ist Andys Zimmer, weil hier haben wir auch die Wiege, nehme ich an. Und deswegen ist das Bett hier für... Ah, alles klar. Wir machen die Reise quasi noch einmal. Das hier ist... Die Living Room. Ja. Wir können das Ganze noch einmal passé... ...passé passieren lassen. Ja. Kitchen. Dann ist hier wahrscheinlich Basement, ja. Deswegen hier alles grün. Alles klar. Hier der Ofen. Ja. Das ist eine interessante Idee. Dann ist hier natürlich die Garage. Garbage. Warte, hier steht was. Go back to Spawn Point. Nein. Ach, hier. One Pizza Planet gleich five Points. One Gold Coin gleich one Point. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Pizza Planet und einem Gold Coin? Was ist überhaupt ein Pizza Planet? Ach, das sind die Schleimbälle. Die habe ich weggehauen irgendwann. Ja, ich auch. Ich habe nur noch... Ich habe 13 rumliegen. Ah, okay. Okay, dann... Wie viele haben wir von den Gold Coins? Äh... 167? 167. Ja. Plus... Wie viele von den Dings hast du? 13? Ja. 14, 75, 100, 200, 37 und... Ich glaube, das kannst du... Ich glaube, das kannst du lassen. Ich habe hier... Let me see how good Space Ranger you are. 0 bis 20, what points? 21 bis 40, Woody. 41 bis 60, Buzz Lightyear. 61 bis 80, Toy Story Fan. 81 bis 100, Space Ranger. 101 und mehr Pitch Black. Ich habe hier noch ein anderes Buch. Von Otto. I hope you will enjoy my 5-month hard but nice work. I have created this map to take you back to your childhood and bring back best memories. I hope it was a good journey for you. Now, if you wish to thank me for this map, please go to Planet Minecraft Project site and leave Diamond, Fav and comment. Also, you can leave like under the map trailer. If you're doing Let's Plays on YouTube, please add in my description link to my channel Pitch Hagenloch. Ihr seht das dann in der Channel Beschreibung, im Infobox gedöns. And link to the site with Toy Story 2 Adventure Map Project. Was ist das jetzt kaputt? See you soon in my next big something. Pitch Black PL. Nein. Mano. Nein. Mano. Ja, Basti, das war's. Das war's. Das war's. Ich finde ja, dass, obwohl ich Jumping Puzzles nicht mag, finde ich, dass es gut gewesen wäre, wenn die Jumping Puzzles direkt zu Anfang gewesen wären, weil anfangs war es halt ein bisschen lahm irgendwie. Und mit den Jumping Puzzles kamen dann so ein bisschen die Würze rein. Aber auch nur ein bisschen. Also ich finde es, es ist eine gute Map, ganz viel, ganz viel schön gebaut und so weiter. Aber das war's halt auch. Es fehlt irgendwie so ein bisschen... Weißt du, von wann die Map ist? Von welchem Jahr? Die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ja, kann natürlich sein, dass... Deswegen werden die ganzen Mechaniken halt nicht genutzt. Naja, man muss ja gar nicht die Mechaniken nutzen. Also, aber es gab ja schon die Pistons. Von daher, das war schon ziemlich gut und auch herausfordernd, muss man ja sagen. Aber es hätte halt noch irgendwie was Spektakuläres sein müssen. Ja. Von Mechaniken her, wie wir gefordert werden, weil ansonsten war das jetzt einfach nur eine nette Map. Ja. War halt... Weißt du, die großen Bilder sind richtig gut gebaut. Wahrscheinlich sind wir, ja, wahrscheinlich sind wir auch einfach nur verwöhnt von... Allen anderen. Rass of the Fallen. Das kann gut sein, aber mein Gott. Und wenn man Maßstäbe hat, dann sollte man sie auch nutzen, um damit zu messen. Wer weiß, ob die Maßstäbe noch einmal, ob man nochmal, äh, ne, auf der Skala nach oben kommt. Auf der Skala von 1 bis 9, wie, äh, 9 bist du? Äh? Ähm, wir können ja aber vielleicht beim nächsten Mal, äh, hier dann, äh... Mal Herobine besuchen. Herobine's man, John. Ja, warum nicht? Der hat sowieso noch, äh, der, der hat mich sowieso schon mal eingeladen. Machst du hier dein eigenes Jumping-Puzzle? Hallo? Oh! Game Mode 1. Oh ja, lass mal, lass mal außen rumfliegen. Das interessiert ja sowieso immer... ... niemanden. Schön, schön, schön. Das ist Raum Nummer 1, das ist schon krass, was hier, was er gebaut hat. Ja, ja, das ist, eben, das ist schon krass, ne, und auch, auch die Gemälde, das ist alles super cool gemacht, aber es fehlt halt immer noch so das letzte bisschen, was, was dann von, oh, das ist ja schön in, boah, die Map war auf dem Mega-Titten-Krass-Geil-Titten-Titten-Titten-Geil-Krass. Ich glaub, so rum ist es richtig, oder? Titten-Geil-Krass? Titten-Krass. Mega-Mega-Affen-Titten-Geil. Krass. Krass. Das ist aber dann schon der nächste Satz. Der beginnt und endet mit dem... Krass. Ja. Mega-Affen-Titten-Geil. Krass. Krass. Passt soweit. Aber es ist schon eine Riesen-Map, das ist schon ordentlich. Und wir haben alle Gemälde gefunden, ne? Ja. Nee. Sehr gut. Nein? Wen denn nicht? Huh? Ah, doch, doch, das hier war das erste. Ich hab nur, ich hab nur gerade, kam erst der Rand nur mit der, mit der, mit der Laterne, mit der Lampe, und dann hau ich den... Nee, versteht der? Ah, nein. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, ne? Aber echt gut, echt gut. Und bei sowas frage ich mich halt immer auch, ob man das selbst gemacht hat. Nee, das ist hier mit einem... Das ist mit einer Mod, ne? Einfach hier, das ist das Bild und baue mir das mal. Ja. Das ist schon krass. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Weil, das sind ja wirklich, das sind ja alle, da werden ja alle Blöcke genutzt. Ja. Aber, ich will ja auch nichts unterstellen. Es kann auch sein, dass der Mann das einfach so gemacht hat. Kann natürlich sein. Ah, nee, guck mal. Weil ich mir die Arbeit niemals machen würde. Vor allen Dingen hier hinten. Hier hinten ist ja irgendwie nochmal so ein zweites Bild oder sowas. Das schon ziemlich komisch ist, aber das verstehe ich nicht. Egal. Egal, hey. Wir müssen ja jetzt nicht hier drüber reden, ob A oder B zu C gehört und auch C selbst gemacht ist, sondern was können wir jetzt anzünden? Apropos, ja. Was? Moment. Bist du nicht immer die Stimme der Vernunft? Ne, aber nicht, 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 äh. Am Ende der Map? Ja. Oh, guck, hier ist Teleport. Kein Teleport. Schön, 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 schön. Lass uns doch einfach mal die Aufnahme beenden und allen Leuten. Ne, ich möchte erst mal noch hier anzünden. Das ganze Ding hier? Wo ist denn das Feuerzeug? Nicht blind? Ach, hier unten wahrscheinlich irgendwo. Äh. Nur dann, dann, dann chill ich mich hier drüben hin. Wo bist du denn? Ich, ich bin hier, oh, hier ist ein Zombie mit goldenem, goldenem Kram. Gib mir deine Rüstung, gib mir deine Rüstung. Er droppt natürlich nicht seine Rüstung. Egal, ja, ich gehe hier auf die Aussichtsplattform, wo wir das Ganze hätten sowieso sehen können. Moment, so. Dann leg mal los, mein teurer Pyromanen-Freund. Ich frage mich, ich frage mich, ob das überhaupt brennt hier. Weil, äh, hier, die, die Dings hat ja auch nicht richtig gebrannt. Die Treppe? Hm. Na, Wolle könnte schon brennen. Müsst ja eigentlich, ne? Ja. Aber? Sieht sich einmal bis oben hin. Doch, ja, es fängt an zu brennen. So richtig? Breitet sich gerade aus, ja. Wo? Oder, oder hast du unten drei gesetzt? Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe drei gesetzt unten. Dann tut sich nichts. Das ist ja boring. You have no power here! Ein Zeichen! Jesus! Ja. Na gut. Hade, Stimme. Kein Abfackeln. Tut mir leid. Gut. Dann, äh... Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF für funk, 2017